Wie viele von euch wissen, war ich letzte Woche im Krankenhaus gewesen, weil ich mit dem BMX-Rad schwer gestürzt bin. Nochmal vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Hat mir sehr gut getan. Mein Rahmen ist hinten und vorne gerissen. Jetzt muss ich ihn ausbauen und das tut mir in der Seele sehr weh. Aber hey, man kann alles ersetzen, außer die Gesundheit nicht. Und deshalb hab ich meinen neuen besorgt. Und der hat's in sich. Dieser Rahmen ist fast so teuer wie ein Kleinwagen. Und schaut euch den jetzt mal an. Er ist aus Titan. Mit einer Länge von 19,2 TT lang. Wunderschön, oder? Und hört mal, wie der klingt. Ein normaler BMX-Ram wiegt ungefähr so 2 kg. Und wenn ihr wissen wollt, was er wiegt, checkt meine Story ab. Und schreibt's mal, schreibt's in die Kommentare rein. Was denkt ihr?